Leichtengepack Ein Silbermond am Sonntagabend war die der Affe. Das war ein richtig schöner Spätsommertag. Vielleicht haben sie ja noch was im Garten gemacht. Schmetterlinge mögen wir ja alle, Regenwürmer, Vögel sowieso, aber Maulwürfe, wobei die ja nützlich sind, weil die ja gerne Schädlinge fressen und die sind auch gesetzlich geschützt. Aber dieser Maulwürfshaufen... Ich sagte ja schon mal auf der Frage, wie der Typ, der viele Worte gemacht hat. Ich meine, das ist natürlich brutal, aber man kann einfach das nicht vorlaufen. Das machte man damals so, das machte jeder damals so. Heute macht man das nicht mehr. Mein Otto Rüstiger noch nichts, wie wir heute davon. Das ist das ganz gut sein, auch für einen selbst, wenn man es immer spürt. Mit den Kartoffeln auch mal redet. Oder auch wenn man Baum umarmt. Also richtig gegen den Bestandteil, der noch gut wird. Wenn Sie selber Maulwürfel vor dem Garten haben, bitte nicht erwischen lassen. Machen Sie es bitte nicht unter Naturschutzmaulwürfel. Es geht nur noch mit Vergrämung, und zwar Geruchsvergrämung. Das war ökologische Chemie. Das ist so komprimierter Inhalt von braunen Tonnen. Sind so aus wie Magiwürfel, sind vielleicht sogar Magiwürfel, aber... Tief eklig. Also Sie haben möglicherweise nachher den Maulwürfel frei, aber Sie selber können auch nicht mehr in den Karten reingehen. Nee, aber ich hab gar nicht einen Tipp gegeben, ich hab dann weiter experimentiert, weil mir war das auch zu eklig. Es geht auch anders, Vergrämung, akustische Vergrämung. Geht auch. Ja, so mit Musik. So eine Art Musik. Einfach Anlagen mal da draußen hören kurz, und der größte Maulwürfel ist der Stereo-Basisstern.